Okay. Also, let's go. Actually, wir können einfach alle da hin. Wir können einfach alle hier stacken. Kann schon sein, dass die invaden. Oh, ich muss Chattern machen. Normalerweise sollten wir Bottle and Pryo haben. Ich weiß noch nicht, wie das mit diesem Team hier aussehen. Baby, baby, I have thick skin. Yeah, I don't let things get to me. Minions have spawned. But do you want me to spell it out for you right now? I'm not feeling your vibe. Just so clear that your head's over here, but don't come any closer, my dear. Cause when I get mad, I cannot control what might happen. You think you care? Put your hands on my body. Okay. Die soll da drin stehen, falls die late invade. Dann sehen wir die früh genug. Und können reagieren. Okay. Okay. Dann lass mich mal schauen. Ist jetzt wichtig, dass wir hier unseren, unseren Clear hinkriegen. Ich hätte hier schon eine Q benutzen sollen wahrscheinlich. Dann wäre ich ein Ticken schneller. Hat wahrscheinlich topside gestartet. Gut. Gut. Okay. Ich habe nicht ganz darauf geachtet, ob der gewandt hat oder nicht. Sieht aber fast so aus. Okay, er ist f***ing fast, ich bin f***ig. Er hat 24 CS, ich bin ein Camperhead, das war Flash von Pyke, glaube ich. Er hat 24 CS, ich bin f***ing fast, ich bin f***ing fast, ich bin f***ing fast, ich bin f***ing fast. Er hat 24 CS, ich bin f***ing fast, ich bin f***ing fast. Er hat 2 checks, ich bin f***ing fast, ob das nowsereste Inter Ah, ne Tragödie Echt, einfach ne Tragödie, bin ich ehrlich Dass ich da sterbe, ist richtig schlecht Wir haben den Rom ja gesehen Ich hab einfach, ja, ich war einfach Ja, ich weiß auch nicht Das war einfach mechanically bad So, von mir Ich hab einfach, ja, ich hab einfach Was? Wieso denn? Oh no. 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 Die haben noch gar kein Harrod gesetzt gehabt. Ich dachte hier hat ein Harrod schon gesetzt. Das ist aber sehr sehr close alles. Das war einfach schlecht von mir. Ohne Ult das zu machen, dann dass ich die Ult nicht dodge. Ja, my bad. Darf ich nicht inten. Das ist sehr wichtig. Eigentlich verkaufe ich ein Pinkbot für Stridebreaker. Das ist glaube ich besser. Mein Pinkbot ist aber nicht mehr auf der Map. Okay, ich bin immer noch gut im Game. So ist es nicht. Aber ich habe schon relativ viel Gold an die Gegner gegeben. Oh leil. Hä, der hat noch mal Ult? Was? Wieso? Wieso? Wieso hat der? Ja. Hä? Der hat. Ich dachte so. Was? Ich bin komplett verwirrt. Mein Bad. Wir haben Shutdown abgegeben. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Wir haben Sidelain pressure mit der LeBlanc. Wir können einfach Sidelain spielen. Ich bin ganz klar. Das war's. Oh mein Gott, die Ash hat gerade geschrieben. Oh mein Gott, die Ash hat gerade geschrieben. Oh mein Gott, die Ash hat gerade geschrieben. Aber es ist halt immer, also das Play da war halt richtig scheiße und das ist halt immer noch super winnable, das Game. Ich denke auch, wir haben einfach straight up das bessere Team noch. Wir brauchen auch Anti-Heal glaube ich. Oh mein Gott, die Ash hat gerade geschrieben. Oh mein Gott. 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 Ihr Toil hat sich getötet. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eigentlich nicht Flaschen brauchen Ah was zur Hölle Die Ash hat 0 aufgepasst, was von der Seite kommt War das natürlich huge Sehr wichtig sogar, dass sie da noch irgendwas bekommen hat Die Ash hat 0,5% Das ist eine große Herausforderung Und das ist eine große Herausforderung Ich bin destroyed. Krass. Ich weiß nicht, wie wir das Game spielen sollen. Ist hart für mich zu spielen gegen so viele mobile Targets, ich weiß nicht was ich machen soll. Ich hab ja am Anfang auch schon nicht gut gespielt, aber I don't know. Kevin, danke dir für den Raid, Kusko draus, Dankeschön, ich hoffe du hattest Erfolg. Bei mir sieht es gerade nicht so gut aus, obwohl das Game eigentlich ein Free-Bun war. Honestly, war eigentlich ein Free-Bun, aber ich hab irgendwie Kacke gebaut. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das war's für heute. 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 Okay, still winnable auf jeden Fall. Wir haben super viele Shutdowns bekommen. Okay, also wir spielen die Fights für LeBlanc. So, LeBlanc muss... LeBlanc muss gucken, was sie macht. Gut gemacht, LeBlanc. Let me one-shot someone. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Nice one. Sehr gut. Nice. Nice, mich dafür zu opfern ist halt richtig gut. Nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Es ist winnable, es ist winnable. Ich muss mich weiter anstrengen, guys. Let's go, 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 let's go. LeBlanc hat so viel Cash. GA wäre jetzt ganz wichtig für mich Die Waffen ist der Spaß, aber es geht weiter Die Waffen sind die Waffen 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 Das war's für heute. Wir können finishen, wenn wir's richtig spielen. Wir dürfen die Wave nicht verlieren. Wir haben keine Ashe mehr, aber... ...sollte fein sein. Der wird Soraka gleich one-shotten. Wahrscheinlich. Oh my lord. Don't die, don't die. Oh, ist das traurig. Ein Auto-Attack waren wir von sich entfernt. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. 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 Ich habe fast vergessen, dass ich ulken kann. Okay, 5-4-5-Fight. Ich war schwer, das Game. Ich war schwer, das Game. Aber am Ende des Tages habe ich meinen Mäntel gehalten. Habe ich meinen Mäntel gehalten. Und, ja, ich war ruhig geblieben. Mein Team nicht, aber ich habe den Chat nicht benutzt. Ganz ruhig gespielt, probiert wieder zurück ins Game zu kommen. Ja, und das hat funktioniert. So geht ihr um, wenn ihr, ich wurde ja von jedem in meinem Team geflamed. Bis auf die Soraka, glaube ich. Aber ihr müsst genau einfach ein Kloster im Kopf haben. Ich hatte das Game im Kloster im Kopf. So, und jetzt können wir sie bereporten, dass sie so toxic waren. Oh, lecker, schmecker. Ja, 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 ja. Ja, das denke ich mir auch. Aron, ich danke dir. Kuss geht raus. Dankeschön. Ja, guck, Barion. Positive Mindset ist das. Ja, guck mal. Damage-technisch waren wir sogar voll gut dabei. Und dann soll man sagen, wir haben keinen Impact gehabt. Wir haben das Game gecarried. Nein. Nein.